Ein herzliches Hallo, mein Name ist Silke Ruge von der Agentur Best Age Partners. Ich freue mich Ihnen heute mein neuestes Projekt vorzustellen. Ein paar Impulse aus dem Vortrag Unvergesslicher Urlaub für Best Ager anlässlich des einjährigen Bestehens des Reisemarktes am Flughafen München. Viel Spaß dabei und wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie mich einfach unter www.bestageholidays.de. Bis bald! Schön, dass ich hier bin und danke auch für die Einladung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Vortrag hier am Flughafen München anlässlich des einjährigen Geburtstags des Reisemarktes. Und ganz einfach und schlicht mit einem wunderbaren Sprichwort zu meiner Person, Silke Ruge. Ich arbeite seit längerer Zeit schwerpunktmäßig in dem Bereich Best Ager. Wir sind etwas ganz Besonderes. Die Kinder sind aus dem Haus, wir haben wieder viel mehr Freizeit, wir sind Konsumstamm, das eine oder andere Handicap. Das ist einfach da. Mit steigendem Alter kommen die zwangsläufig dazu. Das merkt man morgens beim Aufstehen. Und da muss man einfach Sicherheit geben. Noch mal zu den Kreuzfahrten, bin ich ja vorhin schon eingegangen. Ja, müssen Sie sich noch Ihre Tablettchen vielleicht mitnehmen und dann fliegen Sie in die Sonne. Der Impfschutz regelmäßig prüfen lassen, kann ich nur immer wieder empfehlen. Und ich wünsche Ihnen dazu alles, alles Gute, viel, viel Spaß für die nächsten Jahre. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen, für Ihr Zuhören. Und gibt es da noch irgendwelche Fragen?